Tolle News bei Blossom Nel Couture und zwar haben wir zwei Farben in der Form überarbeitet, dass wir sie perfektioniert haben, an eure Bedürfnisse angepasst und eine, das sind zwei Bestseller, Black Devil und Dark Red. Die beiden, das zeige ich euch aber gleich noch, die haben wir von der Deckkraft genauso hammermäßig gleich gelassen, aber in der Konsistenz minimal verändert, sodass sie noch leichter im Handling sind. Ja und dann gibt es eine neue Farbe, nämlich Bloody Mary und diese ganzen Schätze zeigen wir euch jetzt im Einzelnen. Viel Spaß! Ja, beginnen möchte ich mit unserem Dark Red, der bei euch seit Jahren jetzt ein Bestseller ist. Da haben wir die Konsistenz verändert. Ich möchte euch das natürlich auch wieder live zeigen, damit ihr seht, was euch erwartet. Der Ton ist weiterhin ein tiefdunkles Rot, logisch, mit wehrigem Unterton auch alles klar, aber die Konsistenz, man kann das jetzt hier schön sehen, ist von, ja es war ja eher so ein Pastik anmutender Ton, ist geändert worden in eher cremig. Also es ist, ja wie soll ich sagen, es ist jetzt mit dem Vorteil versehen, dass es sich quasi selber glättet. Und das ist natürlich eine Sache, die total schön ist. Ihr könnt jetzt hier schon am Lichtpegel sehen, dass sich das ganz, ganz phänomenal glättet. Ich möchte das jetzt hier nochmal so ein bisschen ausstreichen, um euch zu zeigen, wie dünn das jetzt auch aufgetragen wurde. Also es ist ein ganz, ganz toller, tiefdunkler Rotton, wollte ich sagen. Das schneiden wir auch nicht raus, weil es soll immer doch auch sehr authentisch noch bleiben. Auch mit kleinen Versprechern ist das kein Problem. Das ist so, wie es wirklich aufgenommen wurde, ohne Schnitt. Und ihr könnt das hier sehen, das ist weiterhin dieser tolle, phänomenale Ton. Und aber eben, man kann es hier an unserem Lichtpegel sehen, mit selbstglättendem Effekt, sodass nicht, wie vorher bei der extrem pastigen Konsistenz, dann, wenn man nicht ordentlich auftritt oder aufstreicht, man so kleine Streifchen hat. Das gleiche haben wir auch mit unserem so beliebten Black Devil gemacht. Das war ja auch sehr pastig. Und wir haben auch hier aber noch in noch stärkerer Form das Ganze in eine cremigere Konsistenz gebracht, damit man noch leichter damit malen kann, schnörkeln kann. Was wir nicht verändert haben, ist die extreme Pigmentdichte. Es ist also noch genauso extrem stark deckend, zeige ich euch auch. Aber schaut mal. Im Gegensatz zu eben, das, wie gesagt, das Dark Red ist noch so ein bisschen pastig, aber eben schon auch selbstnevellierend, also es glättet sich selbst. Und das Black Devil, das sieht man richtig, das ist um einiges, um einiges flüssiger. Und ich trage euch das jetzt mal auf, damit ihr mal seht, wie toll das ist. Ihr könnt das jetzt hier sehen. Also das sieht man ja jetzt schon beim Auftragen. Es ist weiterhin so extrem stark pigmentiert, aber, also auch schwarz wie Klavierlack, gar keine Frage. Aber auch hier sehen wir diese Mega-Deckkraft. Was das Tolle ist, ihr braucht es wirklich nur einmal, ihr könnt das jetzt hier sehen, dünn auftragen. Es deckt in Perfektion weiterhin, aber es ist sofort komplett glatt. Man kann das am Lichtstrahl sehen. Da man Full Cover heutzutage ja immer on top aufträgt, ist das immens wichtig. Also danach wird das Ganze nur noch versiegelt und das Ding ist durch. Und ihr seht, guckt mal, wie hauchdünn. Ihr werdet keine Treppchen haben. Ihr könnt damit ganz toll auch schnörkeln und malen. Also das ist wirklich, wirklich toll. Ach, also ich bin ganz begeistert von der Überarbeitung. Als unser Chemiker uns das geschickt hat, ich bin hin und weg gewesen. Ich hoffe, dass das allen anderen auch gefällt, weil das genau nämlich das ist, was, ja, das Ganze ausmacht. Also es ist unser Bestseller seit Jahren. Wir werden auch im Klammern im Shop dahinter neu schreiben, damit man sich das Video ruhig anguckt und sieht, wie phänomenal die jetzt sind. Durch die tollen Überarbeitungen ist irgendwie unser Neuankömmling Bloody Mary jetzt total ins Hintertreffen geraten. Aber das lassen wir natürlich nicht so. Ich trage euch jetzt diesen, ja, exorbitant schönen Roton auf. Natürlich auch der wieder stark deckend. Und ja, da braucht man nicht viel zu sagen. Auch hier natürlich die gleiche Konsistenz wie die anderen, was ich eben gerade schon erläutert habe. Und schaut euch diesen traumhaft schönen Ton an. Also ich, wie gesagt, was soll ich sagen? Ich bin total begeistert und ich liebe auch unseren neuen, unseren kleinen Neuzugang, aber natürlich auch alle vorhandenen Farben. Ich kann euch immer nur sagen, die User unserer Facebook-Gruppe, wir haben ja auf Facebook eine sehr große Markengruppe mit mehreren tausend Mitgliedern, kommt vorbei, lest mit oder unterhaltet euch gerne mit. Dort bekommt ihr immer Infos aus erster Quelle. Also ja, Instagram sind wir jetzt auch schon eine ganze Weile. Ja, also wenn ihr wollt, folgt uns auf Social Media, egal wo. Wir würden uns freuen. Aufgetragen wurden unsere Farbgelschätze wie immer mit unserem Blossom Nail Couture Full Cover Pinsel. Ja, der ist auch ein Traum. Es gibt ihn in 4 und 6. Ich nehme immer gerne den 6er, außer für kleine Nägel, da nehme ich gerne den 4er. Jeder ist aber anders aufgestellt und deswegen, da müsst ihr euch ganz nach euren Vorlieben richten. Also das war es jetzt und jetzt sage ich, wem es gefällt, der bestellt. Bis zum nächsten Video.